ARD Text im Auftrag von Funk Das ist ein Barsch! Du denkst, das ist ein Barsch! Ich denke, das ist ein Barsch! Da muss ich auf der Barsch schauen! Das ist ein Barsch! Das wird nicht ein Barsch! Auch ein ein Barsch! Oh, das ist ein großer Pfeil. Das ist ein Meterfisch. Ja, das ist ein großer Fisch. Es könnte sogar einen größeren Fisch sein. Das ist wirklich groß. Das dauert viel Zeit. Das ist ein wirklich großer Fisch. Wir müssen es nennen. Ja, sicher. Aber... Geh es einfach. Freddy sagte mir, ich habe einen Carolina-Rig. Ich werde keinen Pfeil fangen. Wenn wir einen Pfeil fangen, wird es Simon. Das ist ein wirklich großer Pfeil. Das ist nicht ein 60. Das ist ein Meter plus. Das ist ein großer Fisch. Ja. Ja. Wie der Fisch ist, würde ich sagen, ist es größer. Ich muss es sehr vorsichtig fangen. Ich fische mit einem Light Tackle. Ja. Das ist ein Carolina-Rig. Das ist ein super Pfeil. Das ist ein großer Fisch. Das ist ein großer Fisch. Ja, das ist ein großer Fisch. Ja, das ist ein großer Fisch. Ja, das fühlt sich als 1,20 Meter oder so. Ja, das ist wirklich groß. Ja. Ja. 5-10 Minuten. Das ist nichts mehr passiert. Ich würde sagen, wir können hier ein double hook. Ja. Ja, denn das Fisch ist so groß, ich kann es nicht mehr mit dem Rad. Ja. Das ist ungefähr 1,10 Meter. Ja. Das ist super solid. Super solid. Das könnte 1,20 Meter. Ja. Ich werde es so langer fighten. Just tell me, wenn du bereit bist. Ich werde hier sein. Ja, das ist nicht ein 1,10 Meter. Nein. Nein. Ich hoffe, ich kann diesen Fisch catchen. Wenn er die Maus öffnet und schaut nach links oder nach rechts, dann ist es vorbei. Ja. Und dann habe ich viel Zeit verloren. Ja, für nichts. Das ist nicht viel zu tun, oder? Ich bin sicher, dass es ein sehr schwerer Fisch ist. Ja. Ich kann es fühlen. Es ist wie ein Lazy-Huge-Pike. Es sieht wie ein 10-Tilo Fisch. Ich habe das Gefühl, dass es etwas ist, was ich an der Seite direkt. Ja. Das ist ein ganzer Fisch. Ja, das ist ein ganzer Fisch. Ich kann es nicht mehr Druck legen. Er hat es nicht mehr Druck. Er hat es nicht mehr Druck, aber er hat es nicht festgestellt. Er hat es nicht mehr Angst. Das ist es. Das ist das schon lange. Das ist ein Super-Pick. Der Hatschake ist so lang. Kein Hatschake so far. Es ist nur das Schwimmen der Taille. Ich kann mich nicht auf Fisch auf Fisch, wenn ich einen großen Fisch fange. Ja, mach es, mach es! Wir haben keine Zeit. 2 Leute aus dem Spiel für eine halbe Stunde ist nicht das, was wir brauchen. Ja, das ist wahr. Das ist ein super großartiger Puck. Ich kann sagen, weil ich eine Pikerot in meiner Hand habe. Das würde ich nicht so viel machen. Der Hatschake ist nicht so schwer, weil ich keine Druck auf. Es ist ein Monsterpike hier. Es gibt 1,30 Meter in diesem Spot, es kann immer so sein. Wir sehen, wie weit wir den Boden befinden können. So far war er 150 Meter von dem Boden. Jetzt habe ich ihn 2 Meter von dem Boden. Das ist der furcht, dass ich ihn so far konnte. Ich glaube, er ist nicht sicher, dass er auf den Haken ist. Ich glaube, er ist nicht sicher, dass er auf den Haken ist. Er ist wirklich nicht sicher. Das ist so großartiger Puck, wenn man auf einen Gobi fährt. Ich habe ihn so großartig. Das war ein SIG-Buck. Das ist ein SIG-Buck. Das ist ein 7-cm-Buck. Ich hatte den Fisch auf dem Sonar, das war wirklich großartig. Ich weiß nicht, wie der Haken ist. Ich weiß nicht, wie der Haken ist. Ich weiß nicht, wie es ist. Es dauert viel Zeit, bis es ist vorbei. Ich meine, das ist die erste Möglichkeit. Wir brauchen einen Haken. Wir brauchen zwei bis drei Haken. Ich kann nichts hier mit diesem Fisch machen. Wenn ich mehr Pressure verbreitet, dann bräuchte es. Wenn er wegschwimmen möchte, muss er sich entscheiden, um zu schauen. Sonst gibt es keine Chance. Ich glaube, es ist 1,20 Meter. Wie ich gesagt habe, auf einem Perchrot ist es schwer zu estimieren, wie ein Fisch wie dieser Fisch. Aber es ist wirklich großartig. Das ist vielleicht auch warum wir hier nicht so viele Perchbikes hatten. Vielleicht mussten wir erst den Perch und dann die Perch zurückkommen. Ich hoffe. Wir kommen in der Boat, um zu sagen, danke. Wir sind sehr weit in den letzten Fisch. Das ist in der Zwischenzeit. Ich würde wirklich gerne den Fisch holen. Ich hoffe, dass ich den Fisch holen kann. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Jetzt weiß er, was ist. Also kann ich den Fisch mit meinem zweiten Arm anfangen. Wie viel Fisch? Vertical Fisch mit dem zweiten Rund? Wie ein großer Pfeil! Wir haben noch nichts gesehen. Ich würde sagen, dass es noch 10 bis 15 Minuten dauert. Jetzt fühle ich mich, wie groß das Fisch ist. Ich kann es noch 15 Minuten dauern. Ich versuche es zu machen. Jetzt habe ich 2m über den Boden. Das ist Racket. Ich glaube nicht so. Der Rund hat einen starken Backbone. Es sieht aus, dass ich keine Pressure auf den Fisch. Ja, ich mache es. Ja, ich mache es. Ja, ich mache es. Ich habe einen 30mm fluorocarbon. Mit einem sehr kleinen Aufset-Hook. Ich denke, dass es in die Seite ist. Wenn er die Mose öffnet und nach einer Seite schaut, wird er es verletzt. Ich muss sehr vorsichtig sein. Was ein schwerer Fisch. Wir wollen es sehen. Das ist ein 10kg Fisch. Ja, das ist. Das ist. Das ist sicher. Was machen wir jetzt? Ich bin auch ein Pikesangler. Wenn du die Fisch auf den Fisch auf den Fisch geschnitten hast. Du musst ihn in der Boat holen. Das ist nicht so. Du kannst ihn nicht selbst cutten. Wir müssen es sehen. Ich könnte es mit einem Kilo mehr Pressure setzen. Aber dann weiß ich es. Wenn du es sehen kannst. Ich denke, wenn du es sehen kannst. Ja. Ich denke. Keep es in mind. 250.000 Leute sind auf die Seite. Vielleicht sogar 300.000. 500.000. Du willst es ein wenig? Wie? Es ist 2 Minuten. In 15 Minuten können wir es ändern. Wer wird es überlassen? Ich denke, es ist wahrscheinlich ein bisschen zufrieden. Das ist der größte Pikesang, den ich auf die Carolina-Rick hooked habe. Ich meine, das Fisch ist... Es ist kein Weg, wie man einfach nur etwas von dem Fisch bewegt. Nichts, wie man die Hände ein bisschen hochkommt. Nein. Das ist ein großer Pikesangler. Ja. Ich denke, es ist 1.20 Meter. Es ist für sicher über 1.10 Meter. Das ist für sicher. Und es wird ein schwerer Fisch sein. Ja. PIG! In der meantime, ich mache Cast Nummer 10 oder so. Oh, er ist angry. Geht nach ihm. Ja. Ich will nicht, dass er in den tiefen Wasser schwimmt, und dann auf den Musseln schneidet. Ich muss auf dem Fisch bleiben. Auf der anderen Seite, wenn ich nur auf dem Fisch bin, die Pressure, die ich auf dem Fisch produziere, wird ihn nicht zufrieden. Es ist besser von der Seite ein bisschen. Ja, es macht ihn schwimmen. Es ist gut, dass er ein bisschen auf dem Fisch bleibt. Denn jetzt kann ich den Fisch bewegen, wenn er die Pressure von der Seite bewegt. Wie weit ist er? 20 Meter, vielleicht. Weil er in den Boden ist. Super, 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 ein großer Fisch. Ich finde den Fisch ab, ich bin jetzt auf dem Fisch, aber ich bin jetzt nur auf dem Fisch. Es ist still da, bei der Bisse. Ich fühle mich das Pressure von der Seite. Was ist das? Das ist verrückt! Undoable! Undoable! Ich will es nicht so gut catchen! Ich werde das hier drachen. Ich werde das hier drachen. Ich werde das hier drachen. Ich fühlte ihn, wie er sich schlägt. Das ist schade, wir wollen nicht das schade. Ah, wieder. Nicht den Hed-Pike, bleiben einfach mit der Hed-Pike und schwimmen. Das ist der Moment, wo man den Fisch verliert. 1.50m über den Boden. 2m über den Boden. Das ist der größte ich ihn so far kann. Ich werde ihn jetzt aufrufen. Wenn er einen Blick auf den Boden sieht, dann muss er nicht aufrufen. Ich denke, es dauert viel mehr Zeit, aber wenn wir Glück haben, nein. Dann ist der Fisch. Und du kannst ihn nicht wieder mit einem Barschrot. Das ist verrückt, ein großer Barsch. Nein, das geht nicht. Ja, wir können noch mehr werden. Was können wir tun? Was können wir tun, um diese Barsch zu bekommen? Es ist verrückt. Okay, Leute. Was können wir tun? Was können wir tun? Wir können nichts tun. Es ist bereits 15 Minuten. Oder so. Aber der erste Mal kommt jetzt ein bisschen. Ich denke, dass es bald ist. Jetzt wird es intensiv. Jetzt wird es intensiv. Ja, jetzt wird es intensiv. Ah, er ist wirklich hoch in der Wasser. Ich weiß nicht. Wir haben das große Barsch. Das ist groß. Ich konnte es nicht werfen. Es ist 1,20 Meter. Ich konnte es nicht. Es ist impossibel. Der Hände war zu tief. Es ist 1,20 Meter und ein 15kg Fisch. Ja, das sieht aus. Ja. Hast du gesehen? Wie weit ist es? Ich meine, der Fisch ist wie hier. Ja, das ist ein Super-Tank. Willkommen in Holland, Willkommen in der Vollkracht. Hier kann magisch passieren. Aber trotzdem, wir müssen es erst netten, weil es zu intensiv ist. Ich glaube, ich bin sehr glücklich, wenn du es den ersten Mal machst. Ja, aber das war nicht der erste Mal, das war unmöglich. Das war unmöglich. Ich habe gesagt, es ist ein schwerer Fisch, weil du es in der Runde fühlst. Du kannst ihn nicht aufhören. Sie sehen, wie groß das war? Das ist sicher ein 15kg Fisch. Ja, das ist ein 120kg Fisch. Ja. So, was soll ich machen? Jetzt hast du den Fisch gesehen, es macht es besser. Ja, weil es ist größer als ich dachte. Ich habe noch 8 Minuten in der ersten Episode. Vielleicht haben wir in der zweiten Episode. Ja, das war nicht so. Ja, das ist wirklich wert. Ja, das ist wirklich wert. Ja, das ist wirklich wert. Das ist unmöglich. Ah, nein, schau nicht. Nein, schau nicht. Ich denke, das ist Zeit für sie. Sie ist jetzt auf der Weg. Ja, wir müssen da sein. Wir können das Fisch nicht nach dem Boot ziehen, wir müssen da sein. Ich weiß. Sie kommt. Bring it to me. Fuck. Ich wusste es, wenn das Boot über den Fisch drifft. Das war meine Chance. Ich gehe auf den anderen Seite und probiere es wieder. Ja, und probiere es wieder. Was ein großer Fisch. Ja, das ist ein großer Fisch. Schau noch einmal an uns. Das ist ein großer Fisch. Er kam gerade zum Boot und sagte Hallo. Fuck dir. Das ist ein großer Fisch. Das ist ein großer Fisch. Das ist ein großer Fisch. Wir brauchen es. Wir brauchen es. Wir brauchen es. Ein schöner Fisch. Ja, aber nicht auf 30 mm Fluorcarbon. Ja. Ja. Wohl, ganz schnell. Wie lange. So, ist das aufgefallen, dass ich fünf Minuten drauf halte. Ja, dann kann man es den Fisch. Ja, das ist ganz leicht. Jetzt ist es nur die Bälle auf der Bälle, oder? Nichts, was man tun kann. Ich muss nur zwei Meter hoch, dann wird die Bälle hochgekommen. Aber wenn sie so bleibt, ist es unmöglich. Ich fühle mich die Tension. Das ist verrückt. Sie war fast in der Distanz. Aber es ist unmöglich. Es ist wirklich unmöglich. Es ist unmöglich. Wenn wir es im Boot bekommen, müssen wir auch ein Bild machen. Ja, ein guter Bild. Ich brauche ein paar Fische. Fische zwei Tournamente. Du hast den Ruler mit dir. Du hast den Ruler. Sie kommen. Das ist unmöglich. Sie sind zwei Meter über den Boden. Komm her. Komm her. Lauf. Das ist die Zeit. Keine Chance. Das ist nicht eine Chance. Es ist ein bisschen schwerer hier. Das macht es einfacher. Was ist das? Fünf Meter. Nichts. 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 Aber es wird es viel schlimmer. Es macht es nicht mehr, wenn wir mit dem Team kämpfen. Ich denke, ich muss noch in die Schallowater gehen. Wenn sie mit uns kommt, wäre es schön. Ich habe nie lange mit einem Knochen in meinen Händen gewartet. Jetzt kommt es wieder. Wir sind jetzt in der Wasser. Stay mit mir, Pike. Komm schon. Show yourself. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon ein bisschen. Keine Runden. Ein paar kleine Runden. Komm schon. The story goes, Simon is still waiting with the net. Okay, lunchtime. Should I grab the sandwiches? Okay. Okay. What can we do? Nothing. We cannot do shit. Okay. 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 We are out. Okay, that's right. Okay. Okay, man. Das war's für heute. Das Problem ist, dass es überall zu tief ist. Ich finde es nicht hohe Wasser. Ich fahre hier ein bisschen. Aber wenn sie auf 7 Meter auf dem Boden bleibt... Es ist nicht möglich. Sie war da jetzt drei Mal. Dann wird sie das auch eine vierze Mal machen. Ja, das wird passieren. Aber wann? Dann kommt es nur ein Zentimeter. Wenn sie einen Meter mehr hoch ist, dann ist sie gut. Komm her, komm her! Komm her, komm her! Ja, jetzt ist sie auf der Hände. Komm her! Oh, er ist auf der Hände. Bleib da mit der Hände! Komm her! Steig mit der Hände! Ja, nicht auf der Hände. Nicht auf der Hände, sondern auf der Hände. Insane, wirklich insane. Ich denke, dass wir das hier bekommen. Okay. Let's do it! Komm her! Komm her! Komm her! Die Hände ist auf! Komm her! 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 Wie ein Fisch! Ja? Ja? Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Schau wie groß ist! 1.25 cm! Das ist 15 kg mehr Fisch! Ja, einfach! E세요! 16, 17 kg. Fisch wie das, in dieser Lage, mit diesem Hände. Insane Pikes! Super glücklich! Super pumped! Was ein schönes Fisch. Wir werden den Fisch zurück in die Wasser bringen. Ja. Schau an diesen riesigen Fisch.